ein G-Schein braucht ein Sprint-Schein der globale Ohr und Atmen ist online und Gott, Ali Baba schon wieder Wie kann man auf jeden Fall schreiben? Slash OCC glaube ich OCC H wurde nicht gefunden Slash O Slash O Auch nicht Auch nicht, warte, help Slash GC Help, chat Slash GC Slash, ähm GC Slash GC Hier Du musst Level 3 sein Alter Wo bist du hingegangen? Irgendwo ist das aber voll feindig gegen Spiele, die nicht Level 3 sind Wo bist du hin? Geradeaus Hier sind Farben sind ganz viele zu Wankers Ja, da bin ich auch Ich würde jetzt gerne winken Hm? Ich würde, ja, jetzt gerne winken Hab mal Sony Marcello zu schützen, so viel es nur geht Hier ist doch Wankers Ja, das ist ja mal ein Autohauf, der wird Autos kaufen und nicht klauen Klau baut Klau baut Klau baut Privatfahrzeuge Gibt's denn das einfach nicht, Mann? Wann gibt's da keine Privatfahrzeuge? Ich kann gar nicht mehr knacken Ich kann gar nicht mehr knacken Hm, hm, hm Akku leer Lass den töten Hilfe da Mach mir einer was Komm, lass den töten Ich hab ihn einmal Mehr Komm, nicht ich Ich Wer ist hier wer? Ich schaue mir einfach von der Seite dazu Der, der mit wenig Leben Du musst den Rest machen, ich hab nur zwei Wortsätze Du hast schon ganz viele Nein, du Kommt auf die Dreiheit nicht mehr an Also komm, gehen wir Na, Mann Der hat uns genervt, jetzt stirbt er Hm? Komm mit, Jerry Wir wollen Autos klauen Der stirbt jetzt Ich geh auf das klauen Alter, Niklas Er war nicht fertig Alter, ich sterb gleich Niklas Fläher Wer hat sofort Arschloch Bistod? Ja Ne Ich, ich, ich verstehe jetzt, dass er es nicht Der schmeißt mich hin äh, kann ewig auf mich drauf holen, dass es richtig scheiße viel Leben dann wenn ich wieder hochkomme äh, schmeiß er mich gleich wiederhören Alter äh äh ich suche gerade ein Auto aber ich glaube, das ist ein scheiß Job da stehen überhaupt keine Bewerbfahrzeuge dumm hier steht wirklich überhaupt null Bewerbfahrzeuge dumm, wie geht das denn bitte? das sind da unten steht was da steht nicht das Handbomben sind es helfen es gibt einfach keine Autos er ist auch fast zu warten hier ist auch nicht mal und ich warte, 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 warte oh, was wartest du? damit ich wiederbelebt werde ich glaube, mein Einkaufswagen weil mich jemand im Stich gelassen hat ich glaube, mein Einkaufswagen ja, ich weiß, wer dich so jemand war, der mich einfach im Stich gelassen hat was heißt das, wenn die Karte wird blinkt? was heißt das, wenn die Karte wird blinkt? ganz schlecht warum? das ist die Kopf ganz in der Nähe das ist schon die Sirene? hörst du schon die Sirene? nein, warum? weil die Karte wird blinkt nein, ich habe keine Sirene weil die hat nur mal kurz kurz wird geblinkt vielleicht ist es einfach nur an die vorbeigefahren weil die kommen nicht zurück hier ist ein Donutladen nicht mal die Fahrzeuge ja gut, dann ist gleich ich werde jetzt kurz zu der Schuhe machen und dann, tschüss ha, ich bin aufgenommen naaa haaa das heißt, wenn ich jetzt irgendwas sage, wo die Leute nicht mehr gehört nein, das würde sie nicht nur noch sagen sie ha, ha lass uns nicht doof lachen ha, ha, ha Har Har h mach, u Weden listeners noch auf der Welt ja erst worden Bett statt auf jeden fall so, jetzt bin ich aber nach обще convergen kicked Honeywin Bauch Insen Alt Insenz ist pior alt Sanfiero Sanfiero ist ja an Central Scone gelehnt LV und Las Venturas an Las Vegas und LS Los Santos an Boah, Alter, was könnte LS sein? Das fällt mir grad nicht ein Nur, ich hab ja was gefunden Niklas, was könnte LS sein? Ich hab, I don't have Ahnung Warum? What the fuck? What the fuck? Ich glaub mir jetzt hier ein Auto Cool, ich mach jetzt auch den Job Hoffentlich geht das Ich hab ein Heli Du kannst nicht fliegen Oder? Du hast doch kein Flieger